Servus, Willkommen zu einem neuen Angry Birds Space Display Wir haben hier letztes Mal bei der Welt hier angefangen bei dieser neuen mit dem angebissenen Mond hier also praktisch die kleine Version von der Eiswelt und ich habe hier mal schon ein bisschen weiter gemacht mit Level 6,7 und 5 also bei 5 waren wir erstes Mal also ich habe hier so ein bisschen weiter gemacht dass ich nicht schon wieder so kläglich faile also ich hoffe ihr verzeiht mir das das wäre ja schon mies wenn ich wieder so faile sooo also als erster Versuch habe ich 2 Sterne gebraucht mal sehen ob ich das toppen kann mhm, ne, sieht nicht so aus sieht nicht so aus wie noch sich oder dann self auf geht es mal ist er um jahre ist er wo sie ja die ganze Zeit die Zwei Sterne aber mit einem ich meine Hauptsache man hat weg damit da hilft er dann auch er hätte auch nichts hier auch nichts viel, oh man kann ich gutes deutsch auch nichts viel alter ich muss mir das voll ja fail wetten ach apropos fail so, also mit dem wenn wir dann da weg machen weg damit weg damit alles klar, dann versuche ich hier mit dem diese drei Fuzzis schweine da weg zu kriegen das ist mir jetzt aber nicht gelegt ah, ich habe schon eine Strategie ich muss das hier einfach wegschießen und einer ah, einer bleibt übrig puh also ich probiere es mal anders wie wäre es wenn ich dann so lang weiter so auf den Zehgeraden versagt der grüne Alki ach, das sieht doch schon mal sehr zuversichtlich aus jawoll ob wir es ihm glaubt oder nicht das ziemlich schwer jetzt nein wie knapp wie knappe scheiße 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 oh man war das ein fail hab ich doch gesagt das ist ziemlich schwer klasse, entschuldigung komm hau weg die kacke weg damit nicht nein warum will das jetzt nicht mehr gelingen oh jetzt habe ich so eine so eine Fail-Situation weil jetzt kann ich hier nur einen von beiden treffen und der Typ bleibt wieder übrig scheiße war es komm dann würde ich halt nochmal den grünen hier da da weg zu machen ok ja weiter weiter oh knapp also mit dem 3er Vogel äh ne so ja das muss ich auch versuchen hier mit einem Vogel gleich 2 zu machen und sich oben war 3 noch wegen ach, ich hab nur einen Mist Mist in der Kiste oder guck mal der ist noch warm 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 Eier scheiße ha naja also die grünen ich will wieder den weil so habe ich es doch nicht vorhin auch geschafft als ich schon mal ein bisschen vorgespielt habe mit dem 3er Vogel die hier weg ähm ja so jetzt kommt wieder diese Fängel-Situation äh ja jetzt endlich aber ganz knapp noch noch ganz knapp hat er ihn gestritten so und das Level haben wir dann auch mal wach ach übrigens ich hab ja jetzt auch also die Straffs hab hier schon in Rollercoaster Tycoon ähm gesagt dass ich das hab jetzt und damit meine Let's Plays machen werde aber im ersten hat leider noch nicht so ganz geklappt ähm in HD aufzunehmen deshalb ist es leider nur 360 Pixel ich hoffe mal hier klappt's also ich weiß nicht woran das liegt ihr könnt es mir ja mal in den Comis schreiben ähm ja und es ist nämlich geplant dass ich dann meine nächsten Let's Plays mal in HD probiere zu machen ähm aber als neuer äh ha das ist natürlich nicht so leicht sich hier gleich zu recht zu finden das aber nicht schlimm irgendwann klappt und dieses Level jetzt ziemlich wasch also sehr schnell gemacht dann geht's gleich zum nächsten kann man rüber switchen auch geht's oh schon wieder so ein Kacklevel wieder so ein Level wo es nach dem Fail riecht ich krieg schon den Fail Alter ein wenig Paranoid oh je 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 so jetzt muss ich das richtige Timing haben hm hab ich aber nicht oh ne ne so mal schauen ob es einer trifft ja einer trifft was erster Versuch sowas nenn ich bohshaft also komm ich will endlich ein sechste Letztel mal komm mach schon los na los na na ein Stern passt also lange bin ich doch schon zufrieden hatte ich auch keine Tobe mehr lieblich deswegen denke ich mir dass es so unig ist also also weg damit Dale hm 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 so ich bin echt nicht so ich bin echt nicht gut wenn sie da sind Schweine packen bewegen also das ist nicht so mein sonst mein Spezialgebiet habe ich so ein Gefühl hier vielleicht auch aber das ist okay muss man ja auch nicht alles können wach kommt es die 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 2 aber nicht gibt es war eine Freude euch mal wieder unterhalten zu dürfen bis zum nächsten Mal Ciao Ecke